Wow, das ist so einfach, ey. Ich wusste sonst nicht, wie ich es sonst zeichnen soll. Ja, aber... Die ratten das halt nicht. Digger. Das gibt es als Wort hier? Was? YouTube. Warum ist das als Wort zum Auswählen, Alter? Keine Ahnung, Mann. Ich mache es euch mal ein bisschen schwierig. Das war das, was ungefähr am einfachsten war zum Zeichnen. Also, äh... Ich hätte einfach meine Chine reinposten müssen, fuck. Hier ist so ein Typ mit ein bisschen degenerierten Schultern, aber egal. Da unten was hängen. Das haben Typen in der Regel so an sich. Aber echt. Nicht alle, aber es ist doch die einigen. Und der hat hier so ein Spielzeug, ich weiß nicht, ob das immer noch verwendet wird. So ein langes Teil. Hier, äh, stellt man sich drauf. Hier haltet man sich fest. Hier ist noch Federung. Und damit, äh, hüpft er die ganze Zeit hoch und runter. Ah. Ja, nee, ist klar. Ich bin fertig mit meiner Zeichnung, also jetzt mache ich nur noch Dings, äh, scheiße. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ich auch nicht mehr. Dann müssen wir die Zense gucken. Es fängt damit an. Und hatten der Zeichen. P... 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 Posi... das ist, Mann! Ja, ich, in den Namen musste ich aber echt nicht. Zwei Menschen, gut gezeichnet. Sex. Guck mal bitte, wie lang das Wort ist. Mit elf Buchstaben. Wenn du sechs mit elf Buchstaben hinkriegst. Beide gucken in dieselbe Richtung oder der einer hat es vorne und der einer hat es hinten. Das sollen die Mütze darstellen. Dann machen wir mal so, keine Ahnung. Soll irgendetwas darstellen. Was machst du da? Offensichtlich eine Kette zeichnen. What the fuck soll das sein? Ich hoffe, das ist bestimmt am Ende mit Boys. Ja, Beach Boys, gell? Partner. Oh, Mann. Also noch einfacher konnte ich das, glaube ich, nicht erklären. Doch, es geht immer einfacher. Hast du schon mal die Leute gesehen, die das einfache Dings hinschreiben? Just a moment. Fuck. Moment, Moment. Und, ey, die hat es zerbrennt. Alter, das sieht jetzt schon kacke aus, Mann. Also, you know, Eisbächer und so eine Scheiße. Äh, warte mal hin. Ja, okay, gut. Fuck, Mann. Ich bin verkannt. Äh, okay. Sag mir einfach, hier ist eine Schoko-Gugel. Das ist Mango. Und, Alter, ja, weiß auf weiß ist, glaube ich, ganz so gut. Was? Aber es geht mir darum, was hier oben ist. Coupés. Das sieht normalerweise ein bisschen anders aus. Aber weiß auf weiß ist, glaube ich, ganz so geil. Deswegen, das Zeug macht übel. Fett und, ja. Ich weiß, zeichnen sie genial. Das ist ganz unten im Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis? Was sind das für ein Zeug? Eins, ob du das noch nie gegessen hast. Alle bringen dich um. Du konntest aber auch andere Beispiele nehmen. Als ein Eis. Lass mich. Ich reite mich ein, Alter. Was soll denn das sein? Egal. Ah, ich soll ein Wort werden. Scheiße. Ähm. Fuck. Sag mir nicht, dass du es gerade gesagt hast. Klar. Ja. Du sofort wieder. Nein, Jan. Du musst mitschreiben. Ich glaube, du bist da jetzt nicht gönnst. Jetzt wird es schwieriger. Was ist das? Oha. Ja, auf jeden Fall. Einer war nicht schlecht dran. Nur ein großer. Ah. Ja. Und. Ja. Fuck. Ich habe irgendwas falsch geschrieben. Ich glaube, mit Doppel-Tier, oder? Ja. Tablet. Ich war ganz klar hinter dir geschickt. Ja. Ich war so. Scheiße. Ich habe mich verraten, was es genau war. Okay. Okay. Ja. Hier ist eine riesengroße Bühne mit Leuchten und so. Wisst ihr, wie Leuchten aussehen? Ähm. Ich mache es einfach so. Und hier ist einer auf der Bühne und schreit wie besoffen rum. Und hier sind ganz viele kleine Teenager, die ihm zujubeln. Weil das so ein kleiner, äh... Okay, zu, Jürgen. Das geht natürlich nicht, ähm... Das ist so ein kleiner Justin Bieber mit der rechten Hand rum. Obwohl das die linke fährt. Auf jeden Fall sind hier ganz viele Leute. Und die gucken ihm zu und hören ihm zu und bauen Scheiße, springen auf und ab. Wie heißt dieser Teil hier? Go, Galahit. Ich laufe an dich. Justin Bieber hat so einen ganz kleinen hier unten. Also, ich bin erster, gell? Das muss ich halten. Zweiter, jawoll. Justin ist der letzte. Boah. Ähm. Uuuuh. Uuh. Was zum Fick ist das? What the fuck soll dieser Scheiß darstellen? Also, das war's, was ich euch dargestellt habe. What? Was? Ich war mit Punktersystem nicht mal so verkehrt. Wieso kam ich nicht drauf? Ich hab nicht geguckt, was ihr getippt habt, weil ich gerade nicht... Vor allem macht er einfach so eine Tafel, wie man sie beim Fußball so kennt. Macht er einfach irgendwie zwei Ins oder sowas hin. Naja, so schlecht war das nicht, was ich gerade gezeigt habe. So gottenschlecht, ja. Ich bin ein Minecraft-Boy. Das soll Minecraft-Typen darstellen. Gut, so. Pack. Hm, Mensch, Moment. Freudendes Ding, was die Leute meistens im Kampf benutzen, damit sie irgendwie regenerieren oder so eine Scheiße. Kann man fressen. Fresse ich nie. Jawoll. Ey, ich bin Erster. Wenn ich es geklickt habe, kam es mir auch in Sinn. Was? Hat mir der erste Platz genommen. Was ist da los? Komm mal ran, Thunder. Wir beide haben demselben gesehen gekannt. Bei Idioten ein Gedanke, genau. Ja. Hä? Okay, jetzt bin ich komplett raus. Es hat gerade eben noch ein paar Wörter im Sinn, aber... Äh... FT. Das ist keine Zeug, sondern im Grunde einfach nur für Malen. Oh, Bischofs! Nein, fuck. Wie kann man das machen? Hab's scheiße gezeichnet, was? Ja. Gut. Giftig! Giftig! Digga! Ey, äh... Ich würde ja gerne sehen, wie ihr giftig zeichnet. Okay, äh, äh, äh... Mit so einem Totenkopf mal wie. Das ist ein allgemeines Geschenk. Okay, klapphalten. Ein Apfel mit einem Totenkopf drüber, zum Beispiel. Ja, wunderbar, wäre ich nicht draufgekommen. Digga! Einfaches Prinzip, dir zu liken. Äh, auf jeden Fall, hier ist so ein Typ, äh, der, äh, will das unbedingt haben. Hier irgendwas, keine Ahnung. Auch einen goldenen Apfel, wenn ihr wollt. Äh, der will das unbedingt haben und... Seht aber die Falle nicht. Er ist, äh, biebisch und will das Ding haben. Es ist auch noch einer der sieben Todsünden. Er will das da unbedingt haben. Er will, äh, zum Beispiel... Er stehlt auch von Leuten, wenn er etwas mehr haben will als der andere. Ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Es geht nicht um das Teil, es geht darum, was, äh, er für bedanken hat. Hä, die... Ist es offensichtlich nicht. Was, was er denkt, also warum, warum, warum er das haben will. Wie ist er, dass er das unbedingt haben will? Gier, Mann! Diese Wörter! Gier könnte man aber auch anders zeichnen können. Ihr kennt die so sieben Todsünden gar nicht, oder? Alter, Gier! Ihr geht alle in die Hölle. Das sowieso. Schon wieder so lange. Ich hab mich selber über das Wort erschorten, warte. Also, wie erkläre ich das? Hier ist ein Mann, der hockt. Äh, er sieht ein bisschen komisch aus. Ein Bein, der hockt auf nichts. Ich will keinen. Ah, passt schon. Es geht darum, dass er hockt, okay? Er macht Sit-ups, aber ich seh's schon. Dann mach. Ja, ne. Weißt du, dass da irgendwas im Kopf hängt? Oder im Mund? Was ist das für ein Nase? Was ist das? Was ist das? Das ist eine Kamera, oder wie? Jetzt hängt sie an irgendeinem Kabel. Ähm. Wie kannst du das nicht erkennen? Abi, geh weg. Du suchst hier nichts. Doch, das war jetzt immer. Ey, Jungs. Anders kann ich's jetzt nicht mal. Doch, vielleicht kann ich hier noch. Ah, fuck. Als ob Gela hat das hat, Alter, der Sheet, oder? Was ist das? Blöder Motto, ey. Du bist ein Jude, Jan. Ich schau dir schon mal an, wie kannst du es nicht sehen? Das ist Jungs Dings. Wie kommen wir mit auf Virtual Reality? Das sind alles deutsche Wörter. Bisher. Auf Deutsch wird es aber auch genauso geschrieben. Virtual Reality ist ein Dingsbegriff, der übernommen würde aussehen. Okay, aber auf, schlau mal herzusein. Ich kann nicht so fühlen, dass du dumm bist. Dann geh aus dem Zimmer raus. Nein. Was meinst du? Dann sei wenigstens stumm, ich nimm gerade auf. Echt, Mann, das ist wichtig. Keine Hilfe erlaubt. Ich helfe dir auch nicht. Ich mach dich fertig, warum du es nicht erkannt hast. Was soll das sein? Kann man Zeugs reintun. Ist normalerweise braun, aber wir sind hier hip und machen schwarz draus. Okay, jetzt könnte man bestimmt ein bisschen was anderes darunter Dingsen, aber ne. Das ist das bestimmt nicht. What the fuck? Steht meistens aus Holz, braun. Heißt, ich glaube, auf Englisch Storage. Oh, ne, wobei, das hieß, ich glaube, auf Anderes, oder? Ne, das heißt Lager, das ist... Ja, okay, scheiße, gezeichnet, gib ich. Du schaffst, okay. Du hast es noch gekriegt, Alter. Du hast es auch noch gekriegt. Ja, trotzdem bin ich... Nein! Erster! Gerne, du kleiner Pole, was soll das? Ja, wer geht. quelquescaster. Du kannst darüber, was sollst du sagen, was sollst du sagen? Vielen Dank.